33. Paralyse, die. Unfähigkeit, sich zu bewegen. Das Taubheitsgefühl beginnt auf der Kopfhaut und bereitet sich langsam über meinen ganzen Körper aus. Ich möchte weinen, aber jedes Gefühl in mir ist wie ausgelöscht. Stattdessen empfinde ich nur ein überwältigendes Gefühl der Leere. Mein Handy klingelt und ein Hoffnungsschimmer blitzt in mir auf. Vielleicht ist es Leila, die anruft, um mir zu sagen, was los ist. Um mir zu erklären, warum sie gerade ganz selbstverständlich im Haus meines Freundes verschwunden ist, als würde das jeden Abend so gehen. Ich hebe mein Handy. Oben auf dem beleuchteten Bildschirm steht, Mom Mobil. Ich nehme ab. Hallo? Eddie, wo bist du? Ich bin unterwegs. Lernen. Zum ersten Mal fühle ich mich nicht schlecht dabei, sie anzulügen. Ich fühle sowieso kaum etwas. Warum belügst du mich? Offensichtlich bin ich immer noch nicht besonders gut darin. Mach dir keine Sorgen, ich komme nach Hause. Ja, auf der Stelle. Das ist kindisch. Ich habe keine Ahnung, was in letzter Zeit in dich gefahren ist. Du weißt doch, dass du noch Hausarrest hast, oder? Die Eddie von früher hätte diese Regel akzeptiert. Die Eddie von früher hat viele Dinge anders gemacht. Und viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Oder vielleicht habe ich vieles auch gar nicht gesehen, was sich offensichtlich direkt vor meinen Augen abgespielt hat. Es kann sein, dass ich mich von meiner Mom verabschiede, daran erinnern kann ich mich nicht. Egal wie, jedenfalls lege ich auf. Als mein Handy erneut anfängt zu klingeln, bin ich kein bisschen überrascht und bereite mich auf eine Predigt vor, wie unhöflich es sei, einfach aufzulegen. Dann aber greife ich nach dem Gerät und mir leuchtet oben auf dem Bildschirm entgegen, Freakshow-Mobil. Mir stockt der Atem. Das Handy hört auf zu klingeln, die Stille ist gespenstisch. Wie ist Poison an meine Telefonnummer gekommen? Ich blicke mich um und wege meine Möglichkeiten ab. Das Handy klingelt wieder. Ich nehme ab. Hallo? Eddie, genau das Mädchen, nach dem ich gesucht habe. Ich muss dich um meinen Gefallen bitten. Ich strecke meinen Daumen aus, um den Motor des Wagens zu starten, aber meine Hand stockt in der Luft, ungefähr 30 Zentimeter vom Anlasser entfernt. Nein, sagt Poison. Du kannst nicht abhauen. Ich brauche dich hier. Ich werfe mein Handy auf den Beifahrersitz und versuche, mit meiner freien Hand die andere Hand nach vorne zu schieben. Doch ich kann sie nicht bewegen. Stattdessen bewegt sie sich auf den Türgriff zu. Ich versuche dagegen anzukämpfen, befehle meiner Hand, das Auto zu starten und loszufahren. Doch ich habe keinen Einfluss auf sie. Sie befolgt die fremden Befehle. Ich steige aus dem Auto und in diesem Moment entdecke ich Poison unter einer Straßennaterne, gut fünf Meter entfernt. Er sieht aus wie ein dunkler Schatten. Schreien scheint meine einzige Chance zu sein, aber als ich meinen Mund öffnen will, schnürt sich meine Kehle zu. Keine gute Idee, sagt er in meinem Kopf. Ich greife nach der unsichtbaren Hand, die mich wirkt. Dann laufe ich los, meine Beine tun, was sein Verstand verlangt. Meine Lungen brennen und die Straße schwankt. Als ich vor ihm stehe, sagt er, Nicht schreien, ich will bloß mit dir reden. Ich nicke und der Druck auf meinem Hals lässt nach. Ich huste und schnappe nach Luft und kämpfe gegen den Schwindel und die Übelkeit an. Du musst für mich ans Telefon gehen. Nur ein kleiner Anruf, nichts weiter, und dann kannst du wieder fahren. Ich glaube ihm keine Sekunde, aber um ein bisschen Zeit zu schinden, frage ich, Wen soll ich anrufen? Keine Fragen. Du musst nur sagen, Hallo, hier ist Eddie. Ganz einfach. Und warum sollte ich das tun? Ich dachte, das hätte ich dir bereits begreiflich gemacht. Brauchst du eine weitere Demonstration? Demonstration? Nein, okay, ich mach's. Braves Mädchen. Er drückt auf eine Taste auf seinem Handy, reicht es mir dann und erinnert mich nochmal. Wenn er sich meldet, sagst du einfach nur, Hallo, hier ist Eddie. Nicht mehr und nicht weniger. Ich nicke und versuche mir einen Fluchtplan für nach dem Anruf einfallen zu lassen, denn er wird mich nicht so einfach laufen lassen, das ist klar. Doch dann meldet sich eine Männerstimme. Kommen. Und jeder Gedanke an Flucht verschwindet. Ich flüstere beinahe, Daddy, beiße mir aber auf die Zunge. Sobald ich etwas sage, wird mein Dad denken, dass ich in Schwierigkeiten bin. Womit er ganz recht hätte, aber ich will nicht, dass Dad sich von Poisen erpressen lässt. Nicht, solange ich noch eine Chance zur Flucht habe. Hallo? Sagt mein Dad. Ich lasse meinen Daumen auf die Endetaste gleiten und drücke sie. Die Verbindung bricht ab. Dad? Bist du's? Hier ist Eddie. Ich gebe mir Mühe, meine Stimme panisch klingen zu lassen, was nicht schwer ist, denn mein Herz pocht mir bis in den Hals. Das reicht, sagt Poisen. Ich nehme das Handy vom Ohr und bevor er wieder die Kontrolle über meinen Körper erlangen kann, drücke ich auf Ende und tue so, als hätte ich aufgelegt. Nicht doch, du Dummkopf, sagt er. Ich wollte noch mit ihm sprechen. Was willst du von meinem Vater? Er verbreitet Lügen über mich. Er soll wissen, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Ich dachte, ich könnte ihm einen kleinen Anreiz geben, damit aufzuhören. Er streckt die Hand nach dem Handy aus. Ich gebe es ihm, lasse es aber los, bevor es seine Hand erreicht. Scheppernd fällt es auf den Fußweg. Ich bete, dass es kaputt gegangen ist. Als er sich fluchend bückt, drehe ich mich um, renne auf Bobbys Haus zu und schreie, so laut ich kann. Ich schaffe es, Hilfe! zu brüllen, aber mitten im zweiten Versuch schnürt sich meine Kehle wieder zu und mein ganzer Körper erstarrt. Gerade als ich denke, dass ich sterben werde, kommt Bobby auf die Veranda und starrt Poisen und Milch mit großen Augen an. Ich bin noch nie so glücklich gewesen, ihn zu sehen. Eddie? sagt er und plötzlich kann ich wieder atmen. Mein Körper bricht in sich zusammen und ich lande auf den Händen. Bobby, hilf mir! krächze ich. Mir gelingt es, ohne Hilfe wieder auf die Füße zu kommen. Ich behalte Poisen im Auge, während ich auf Bobby zugehe. Lass mich einfach in Ruhe! sage ich zu Poisen. Und mein Vater genauso! Sobald ich an Bobbys Seite bin, klammere ich mich an seinen Arm. Meine Beine fühlen sich wie Wackelböding an. Er stellt sich beschützend vor mich. Verschwinde oder ich verständige die Polizei! sagt er zu Poisen. Poisen lacht leise, stopft seine Hände in die Taschen und geht dann pfeifend davon. Bobby dreht sich zu mir um. Geht's dir gut? Ich schüttle den Kopf. Komm, ich hol dir was zu trinken. Willst du, dass ich Duke anrufe und ihn bitte, rüberzukommen? Ich schüttle wieder den Kopf. Ich möchte mich nur kurz hinsetzen und dann nach Hause fahren. Bobby begleitet mich hinein. Ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit überkommt mich. Er hat mich gerettet. War das der Kerl, über den ich für Duke und dich Informationen einholen sollte? fragt Bobby. Ja, danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. Die Tür gleitet mit einem Summen zu und er schiebt den Sicherheitsregel vor und gibt einen Code in den Handflächenleser ein. 34 Normlos Absolut keine Normalität in der gegebenen Situation. Ich sitze schweißgebadet im Bett. Meine Decke hat sich um meine Beine gewickelt, sodass ich mich kaum bewegen kann. Ich kämpfe mich frei, schwinge meine Beine aus dem Bett und schaue mich in meinem dunklen Zimmer um. Irgendetwas hat mich geweckt und ich versuche mich daran zu erinnern, ob es ein Albtraum oder ein Geräusch war. Gerade als ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es ein Albtraum gewesen sein muss, piept mein Handy. Ich suche in der Dunkelheit nach dem leuchtenden Bildschirm und taste blind auf meinem Nachttisch herum. Es liegt nicht dort. Dann fällt mir wieder ein, dass ich es unter mein Kissen gelegt habe, bevor ich eingeschlafen bin. Ich ziehe es hervor. Beide Nachrichten sind von Layla. In der ersten steht, Hilfe. In der zweiten, vergib mir. Ich taumle ins Zimmer meines Dads. Dad! schluchze ich, pack ihn an der Schulter und rüttle ihn wach. Dad, ich brauche deine Hilfe, es geht um Layla! Er setzt sich schlaftrunken auf, fährt sich erst mit der Hand durch die Haare und greift dann nach der Digitaluhr auf seinem Tisch. Was? Sagt er, als er mich endlich anschaut. Ich hätte die Alternativen ausloten sollen, aber ich hab's nicht getan. Ich hatte es vor, aber Trevor ist erst spät gegangen und ich war müde. Ich hätte vielleicht etwas sehen können. Eddie, beruhig dich. Worum geht's überhaupt? Layla ist in Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Ich weiß es nicht. Sie hat sich ständig mit einem schrecklichen Kerl aus der Schule getroffen. Da fällt mir wieder eine Bemerkung von ihr ein, als wir über den Parkplatz zum Football-Spiel gegangen sind. Und da ist auch noch dieser andere, ein Drogenkumpel ihres Dads. Er hat sie bedroht. Vielleicht hat es mit ihm zu tun. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass sie in Schwierigkeiten steckt und ich hab Angst. Meine Worte scheinen ihn aufzurütteln. Er rollt sich aus dem Bett. Wie heißt der, der Drogenfreund? Das weiß ich nicht, sage ich. Ist das Poison? Hieß er Poison? Mein Dad fasst mich an den Schultern. Ich schnappe erschrocken nach Luft, als ich mich an eine der Notizen meines Dads über Poison erinnere. Drogendealer. Er. Oh nein, du musst etwas unternehmen. Alles wird gut, Kleines. Beruhig dich erstmal, okay? Er schnappt sich sein Handy und wählt eine Nummer. Hi, Coleman hier, sagt er in sein Handy. Entschuldigung, ich weiß, dass es spät ist, aber möglicherweise müssen wir ein weiteres Mädchen als Vermisst wählen. Er wartet. Sind sie soweit? Leila Stader. Er buchstabiert den Namen langsam. Jeder Buchstabe fühlt sich wie ein Stich in meinem Herzen an. Und schicken Sie unverzüglich jemanden rüber zu Mr. Paxton. Ja, nein. Okay, geben Sie mir bitte Bescheid, sobald Sie irgendwelche Informationen haben. Danke. Er legt auf und schaut mich dann an. Der Blick in seinen Augen macht mir Angst. Als würde er bereits vom Schlimmsten ausgehen. Ich lege mich in sein leeres Bett. Die Stelle, die er eben verlassen hat, fühlt sich in meinem zitternden Körper warm an. Die Matratze neben mir senkt sich ein bisschen, als er sich hinsetzt und seine Hand auf meinen Rücken legt. Alles wird gut. Sag das nicht. Das weißt du doch gar nicht. Ich hätte nie wegziehen dürfen. Sie braucht mich und ich bin nicht da. Was hättest du schon tun können, Eddie? Wenn du da gewesen wärst, hätte das auch nichts geändert. Ich hatte zu viele verschiedene Alternativen in der Zukunft gesehen, um mich von diesen Worten trösten zu lassen. Vielleicht doch. Hier darf einfach nichts passiert sein. Ich kauere mich zusammen. Zum Ausloten ist es noch nicht zu spät. Vielleicht kann ich etwas sehen. Eddie, es hat keinen Zweck, sich Sorgen zu machen, solange wir keine konkreten Informationen haben. Der schwarze Bildschirm meines Handys verhöhnt mich. Ich wähle wieder Leilas Nummer. Keine Antwort. Ich mache dir ein bisschen Milch warm. Sagt mein Dad, steht auf und geht auf die Tür zu. Ich will keine warme Milch! Fauche ich. Er schweigt eine ganze Weile. Möchtest du Marmon rufen? Der Vorschlag lässt mich aufschluchzen und ich ziehe ein Kissen an meine Brust. Ich will nicht mit Mom sprechen. Sie hat mir gesagt, dass du sie nicht zurückrufst. Warum gibst du ihr die Schuld an der Scheidung? Die Frage ist berechtigt, aber ich bin wütend auf ihn, dass er sie mir gerade jetzt stellt. Es war unser bei der Entscheidung. Das weißt du doch, oder? Ich möchte nicht darüber sprechen. Meine Freundin ist in Schwierigkeiten. Alles andere ist mir egal. Ja, das ist jetzt am wichtigsten. Aber demnächst musst du mit ihr sprechen. Deine Mom vermisst dich. Das ist das Letzte, was ich im Moment gebrauchen kann. Dass er dafür sorgt, dass es mir noch schlechter geht. Ich habe Angst und bin traurig. Und ich will, dass er in dieser Angst und Trauer bei mir ist. Stattdessen versucht er mir zu erklären, dass ich meiner Mutter das schlechte Gewissen nehmen soll, wegen einer Entscheidung, die sie beide getroffen haben. Sie ist mir egal. Mir wird sofort klar, dass ich das nicht hätte sagen dürfen, denn sein Gesicht wird blass. Es ist meine Schuld, okay? Mit diesem einen Satz scheint er um 100 Jahre zu altern. Seine Schultern sacken nach vorne, seine Mundwinkel zeigen nach unten, seine Mine ist voller Schmerz. Was? Ich wollte den Sektor verlassen. Ich konnte nicht mehr länger dort bleiben und mit ansehen, wie du in einer Welt aufwächst, die nur halb real ist. Und sie konnte den Gedanken nicht ertragen, den Sektor zu verlassen und dabei zu riskieren, dass sich deine Fähigkeit nicht richtig entwickelt. Wir haben uns jahrelang darüber gestritten. Vielleicht wäre es etwas anderes gewesen, wenn ich ein anderes Talent hätte, aber ich habe die Lügen gesehen. Überall. Egal, wo ich war. Es hat keine Rolle gespielt, wie oft sie mich überreden wollte, zu bleiben. Ich konnte es einfach nicht. Hasse mich dafür, dass ich so ein Egoist bin. Aber nicht sie. Er lehnt an die Kommode, als hätte die Lüge ihn aufrecht gehalten. Und jetzt, wo er sie sich von der Seele geredet hatte, schaffte er es nicht mehr, ohne Hilfe auf eigenen Füßen zu stehen. Dachte er, dass es mir nach dieser Rede nun besser geht? Sind Eltern nicht dazu verpflichtet, zu sagen, unsere Scheidung hat nichts mit dir zu tun, es geht hier nur um uns? Ihre Scheidung hatte nur mit mir zu tun. Ich hole tief Luft. Ich hatte mich in dieser Schlacht schon früh für eine Partei entschieden. Auf der einen Seite meine Ma mit ihrer dominanten Persönlichkeit, die meinen Vater in die Schlucht getrieben hatte. Auf der anderen Seite mein Dad und ich, die es all die Jahre mit ihr aushalten mussten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verkrafte, dass ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habe. Aber dann denke ich daran, was er eben gesagt hat. Dass wir in einer Welt gelebt haben, die nur halb real ist. Das wollte ich auch nicht. Oder? Es tut mir leid. Er sieht furchtbar müde aus, am Boden zerstört. Normal. Dann sagte er, als könne er mir die Gedanken vom Gesicht ablesen. Eddie, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ging dabei nicht um dich. Wir haben uns schon Jahre vorher darüber gestritten, bevor sich alles auf dich verlagerte. Es ging um unsere Überzeugungen. Sie ließen sich nicht vereinbaren. Und dann mit diesem neuen Gedankenprogramm, das noch drastischer... Er bricht ab, als hätte er schon zu viel gesagt. Es war jedenfalls nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich öffne den Mund und will etwas sagen. Irgendetwas, als das Handy meines Dads klingelt und jeden Gedanken, den ich hatte, im Keim erstickt und durch Angst ersetzt. Ich werfe das Kissen zur Seite und setze mich hin. Coleman. Ja. Ich verstehe. Er wirft mir einen Blick zu. Sind Sie sich sicher? Haben Sie ihn verhaftet? Im Sektor? Naja, stimmt schon, das habe ich gesagt, aber... Ich kann meine Tochter hier nicht allein lassen. Nein, sie ist 16, aber... Ja, natürlich. Okay. Eine Stunde, ich werde dort sein. Danke. Bis dann. Er lässt sein Handy langsam sinken. Die Furcht hat jeden Muskel in meinem Körper betäubt und ich bin völlig erstarrt, während ich auf seine Erklärung warte, was passiert ist. Sie wissen im Moment noch nichts Genaues. Wir sollten also keine voreiligen Schlüsse ziehen. Was haben Sie gesagt? Wo ist Leila? Ihre Eltern haben Sie seit heute Morgen nicht gesehen. Aber nur, weil sie nicht zu Hause ist, heißt das nicht, dass etwas passiert sein muss. Ein Officer überwacht das Haus. Wenn sie zurückkommt, kann er mich sofort informieren. Er geht zum Schrank und zieht eine Reisetasche hervor. Und ich verspreche dir, dich auf dem Laufenden zu halten. Mich auf dem Laufenden zu halten? Wo willst du hin? Er stellt die Tasche auf seine Kommode und fängt an, Kleidungsstücke hineinzuwerfen. Meistens brauche ich nicht mehr als ein Video des Verhörs, um herauszufinden, ob jemand lügt oder nicht. Aber Mr. Paxton ist ein geschickter Lügner. Ich muss sein Kraftfeld spüren, um ein paar Untersuchungsergebnisse zu verifizieren. Falls er zufällig wissen sollte, wo Leila ist, hoffen wir, dass wir diese Information aus ihm herauslocken können. Das Amt fliegt mich in einer Stunde in den Sektor. Kannst du bitte jemanden anrufen, der bei dir bleibt, während ich weg bin? Jemanden anrufen? Ich hab keine Freunde. Ich hab doch schon mehrere deiner Freunde kennengelernt. Wie wär's mit dieser Stephanie? Die sah doch ganz nett aus. Ich kralle mich an der Ecke seines Bettlackens fest. Ich will mitkommen. Tut mir leid, ich fliege mit dem Privatjet des Amts und dafür hast du keine Freigabe. Kann ich die nicht bekommen? Sie ist meine beste Freundin. Bitte, Dad. Edison, es tut mir leid. Diese Regeln haben ihren Grund. Ich kann es mir nicht leisten, mir um deine Sicherheit Sorgen zu machen, wenn wir Leila finden wollen. Das verstehst du doch. Natürlich tue ich das. Er zieht den Reißverschluss seiner Tasche zu. Versprich mir, dass du jemanden anrufst, sagt er und schaut prüfend in mein Gesicht, als ich mir eine Antwort zurechtlege. Ich senke meinen Blick. Ich belüge dich nicht, Dad. Du brauchst das nicht zu überprüfen. Tut mir leid, ich weiß, dass du mich nicht anlügst. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dir vertrauen kann. Ich hoffe, dass du auch mir eines Tages wieder vertrauen wirst. Er hebt seine Hände, um sie mir auf die Schultern zu legen, zögert aber. Im Moment kann ich ihm nichts versprechen. Zu viele Gefühle wirbeln in meiner Brust, ich kann sie nicht alle einordnen. Er verschwindet im Badezimmer und als er wieder herauskommt, trägt er einen Anzug. Er wirft mir einen besorgten Blick zu. Ich rufe jemanden an. Danke. Ich melde mich, sobald ich gelandet bin. Er küsst mich auf die Stirn. Ich ziehe ihn fest an mich und dann ist er weg. Ich stehe ganz allein in seinem Zimmer und reibe mir die Arme. Die Uhr auf seinem Nachttisch zeigt halb vier. Der Bildschirm meines Handys ist immer noch schwarz. Als ich mit den Fingern darüber fahre, blendet mich das Licht und ich muss die Augen zukneifen. Ich gehe meine Kontakte durch, zögere aber, Trevor um diese Uhrzeit anzurufen. Bei der Nummer meiner Mom halte ich inne. Mein Daumen zittert. Endlich drücke ich ihn herunter und höre, wie es viermal klingelt. Eddie, was ist los? antwortet ihre schlaftrunkene Stimme. Es geht um Layla. Sie wird vermisst. Dad ist auf dem Weg nach Hause. Es sieht nicht gut aus, Mom. Ich höre, wie ihre Nachttischlampe angeht. Was? Sagt sie ernst, aber dann begreift sie. Ach, Eddie, das tut mir so leid. Was kann ich tun? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Eine Zeit lang atmen wir beide nur. Ich weiß, dass sie wütend auf mich ist, weil ich sie auf Abstand gehalten habe. Ich frage mich, ob sie mir das jetzt zum Vorwurf machen wird. Ich rufe ein paar Leute an und sehe, ob ich helfen kann. Wenn sie Layla finden, möchte ich mich um sie kümmern, denn ihre Eltern werden es vermutlich nicht tun. Heiße Tränen laufen an meinen Wangen herab. Das wäre toll, Mom. Danke. Warum rufst du nicht Trevor an? Ich bin mir sicher, dass er vorbeikommen würde. Woher weißt du von... Ich wische mir das Gesicht mit dem Handrücken ab. Layla hat mich auf dem Laufenden gehalten. Ich vermisse dich. Er scheint ein toller Junge zu sein, Eddie. Ich lächle ein bisschen. Ich vermisse dich auch. Alles wird wieder gut, okay? Okay. Langsam fange ich an, daran zu glauben. Ich lege auf. Ich würde Trevor ja gerne anrufen, aber es ist wahnsinnig früh. Ich schicke ihm stattdessen eine Nachricht. Ruf mich an, sobald du aufwachst. Es ist wichtig. In weniger als fünf Minuten klingelt mein Handy. Alles klar bei dir? Was ist los? Fragt er. Ich erkläre ihm die Lage. Ich bin schon unterwegs. Trevor kommt, seine zerzausten Haare zeugen davon, wie sehr er sich beeilt hat. Er nimmt mich in die Arme. Es tut mir so leid. Es wird ihr schon gut gehen, sage ich in seine Brust hinein. Natürlich geht es ihr gut. Wahrscheinlich hat sie keine Ahnung, dass wir uns alle Sorgen um sie machen und trifft sich einfach nur mit ein paar Freunden. Ich möchte nicken und ihm zustimmen, auch wenn mein Magen versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Er grummelt und es rumort in ihm. Trevor führt mich zum Sofa, drückt mich in den Sitz, nimmt mir das Handy aus der Hand und legt es auf den Couchtisch. Was soll ich dir bringen? Fragt er. Wasser? Ich schüttle den Kopf. Ein Milchshake? Wirk. Er setzt sich neben mich. Ich wünschte, ich hätte die Superkraft, die wir Russell in unserem Comic gegeben haben. Dann könnte ich dir etwas von deinen Sorgen nehmen. Ich lehne mich an ihn. Nein, ich bin froh, dass du sie nicht hast. Ich mag künstliche Gefühle nicht. Ich bin gleich zurück. Bitte geh nicht. Ich weiß, dass ich wie ein Kind klinge. Aber ich habe Bücher mitgebracht. Ein paar echt langweilige Klassiker aus der Bibliothek meines Dads. Ich lächle und richte mich auf, damit er aufstehen kann. Er kommt mit ein paar Büchern in der Hand zurück. Soll ich dir etwas vorlesen? Ja. Er machte sich in der Ecke des Sofas gemütlich und hebt seinen Arm. Ich lege mich neben ihn. Er ist ein großartiger Vorleser, macht an den richtigen Stellen eine Pause, setzt die richtigen Betonungen. Und der Klang seiner Stimme ist so tröstlich, dass ich mir wünschte, er würde mehr sprechen. Du hast übrigens die Superkraft, mich zu beruhigen, sage ich, als er eine Pause macht, um die Seite umzublättern. Danke. Er drückt meinen Arm und ich küsse ihn. Zum ersten Mal heute fühle ich mich entspannt genug, um eine Alternative ausloten zu können. Damit kann ich Layla hoffentlich helfen. Ich versuche eine Alternative zu formulieren, die mich am leichtesten zu den Informationen führt, die ich brauche. Mein Handy klingelt und Trevor und ich drehen uns danach um. Kannst du den Anruf entgegennehmen? Frage ich, meine Angst ist wieder da. Er hebt das Handy auf. Ich rutsche weiter nach hinten, als ob der Abstand zwischen mir und dem Handy verhindern könnte, dass mich irgendwelche schlechten Nachrichten erreichen. Hallo? Hi, Mr. Coleman, hier spricht Trevor. Überhaupt kein Problem. Danach entsteht eine sehr lange Pause. Trevor nickt und greift nach meiner Hand. Wollten Sie mit ihr sprechen? Okay, hier ist sie. Er reicht mir das Handy und kommt näher. Durch meine Tränen sehe ich sein Gesicht nur noch verschwommen. Hallo? Hi, Baby. Ich weiß, wie Mitleid klingt. Ich wische mir über die Augen und hoffe, dass einem klaren Blick auch klare Gedanken folgen. Was ist passiert? Er schweigt einen Moment und ich kann mir von meinem inneren Auge sein Gesicht vorstellen, ernst und nachdenklich, während er versucht, die richtigen Worte zu finden. Es geht um Layla. Habt ihr sie gefunden? Hoffnung steigt in meiner Brust auf. Wir haben sie gefunden. Sie ist gegangen. Wo ist sie hin? Eddie, sie ist tot. Es tut mir so leid. Mein Verstand schaltet ab, vermutlich in einem Versuch, sich selbst zu schützen. Mein Dad fährt fort. Es war nicht Mr. Paxton. Mr. Paxton hat uns den Namen eines Schülers an eurer Schule genannt, der dafür verantwortlich ist. Aber es war bereits zu spät. Ein Schüler aus meiner Schule? Ja, Bobby Baker. Kennst du ihn? Ich nickte, zu fassungslos, um zu bemerken, dass er mich nicht sehen kann. Endlich stottere ich. Vielleicht lügt er. Vielleicht will er einfach nur nicht, dass ihr sie findet. Bobby mag zwar ein Widerling sein, aber er kann doch nicht zu so etwas fähig sein. Er sagt die Wahrheit. Wir haben Bobby bereits in Gewahrsam genommen. Ich habe ihn verhört. Bobby ist der Schuldige. Aber Bobby denkt vielleicht nur, dass sie tot ist und das ist dann die Wahrheit, die du glaubst. Ich habe sie gesehen. Seine Worte vernichten auf brutale Weise jeden Versuch zu leugnen, was passiert ist. Sie ist tot. Ich muss das Handy fallen gelassen haben, denn Trevor hält es plötzlich in der Hand und sagt etwas zu meinem Dad. Dann legt er auf und zieht mich an sich, streichelt mein Haar und sagt mir immer wieder und wieder, wie leid es ihm tut. Ich kann ihn kaum spüren oder hören. Dann ist sein Mund an meinem Ohr. Edison, hör zu. Hörst du mir zu? Ich nicke und er fährt fort. Du darfst diese Alternative nicht wählen. Das muss eine Auslotung sein. Es ist einfach ausgeschlossen, dass du dich für das hier entscheidest. Es wird alles gut ausgehen. Ich schlinge meine Arme um ihn. Er hat recht und ich liebe ihn dafür, dass er das sagt. Das ist einfach ausgeschlossen, dass er das andere ändert. Ich schlange meine Arme um ihn.